So, ihr Lumpys da draußen, weiter geht's mit Faktorio. Ja, wir waren dabei, die Logistikroboter, genau, Logistikroboter-Produktion zu starten. Batterien haben wir schon, elektronische Schaltkreise haben wir auch, zumindest mal ein paar. Ja, die könnten wir uns auch hier abzapfen noch, ne? Ja. Erst auf, die machen wir uns gleich hier mal raus, dass das hier läuft. So, da braucht man natürlich wieder einige von denen. Was würde ich ohne diese Dinger machen? Wäre dieses Spiel unspielbar. So, dann noch einen hoch. So. Dann hätten wir nämlich das da oben. Was brauchen wir noch? Stahlträger haben wir da, Elektromotoreinheit. Da müssen wir da gleich mal gucken. So, das haben wir da. Stahlträger haben wir hier. Die Elektromotoreinheit. So, da brauchen wir auch die Schaltkreise und ne Motoreinheit und Schmiermittel. So, Motoreinheit. Motoreinheit. Wo krieg ich dich her? Deine Motoreinheit her. Also hier Elektromotoreinheit. Ja, ach, Entschuldigung. Ich wollte dich draufdrücken. Ja, ja, ja. Aber hier ist doch keine Motoreinheit. Habe ich den Motor noch gar nicht erforscht? Robotic Attack Drone. Ja, cool. Habe ich den Motor noch... Äh, ups. Habe ich den Motor noch gar nicht erforscht? Cargovan. Äh, Brennstoffe, Flammenwerfer? Nee. Mal kurz mal gucken, wo der Elektromotor ist. Elektromotoreinheit. Hier ist die Motoreinheit. Ja, guck. Den Motor habe ich noch gar nicht erforscht. Da machen wir natürlich als nächstes sofort. Eieiei, da kann er nicht gehen. So, jetzt haben wir aber dieses, ähm, diesen, äh, Fluidburner, ne? Den will ich mal einbauen und mal gucken, ob der irgendwas verbrennt, was mir irgendwas bringt. Dieses Oil-Burning haben wir ja jetzt erforscht. Mal gucken. Oil-Boiler. Ach, der braucht Beton. Och, Mensch, Beton. Beton. Gibt's hier nicht. Das gibt's doch hier nicht. Guck mal, hier gibt's aber den Oil-Boiler. Deswegen können wir das hier das mal so machen. Nee, das können wir machen. Aus Eisenerz und Ziegelstein und Wasser können wir Beton herstellen. Oder da raus. Slack, Zement und Wasser. Äh, jo, brauche ich da viel von? Das ist jetzt ja nur für diesen blöden Boiler und ich, ich nehm sogar mal stark an, dass der, äh, ja, gar nicht mal so gut ist, ne? Der, der macht 90 pro Sekunde Dampf. Ah, okay. Der hat nur 60 pro Sekunde. Aber der hat halt 315 Grad. Und das brauchen die hier. Müsste da wahrscheinlich noch den Oil-Burner 2 erforschen. Damit der auch die Dampfmaschine 2, äh, überhaupt gedünsten kann. Bevor wir das nicht wirklich brauchen, machen wir das auch nicht. Das ist irgendwie Quatsch. Okay, was wir auf jeden Fall hier rüberbringen können, noch, äh, damit wir hier das, äh, 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 ne. Das muss ich ja erst noch machen. Ich muss ja erst noch hier den, 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 äh, was brauche ich denn hier für? Das wollte ich noch gucken, genau. Wir brauchen Eisen und Stahl. So, Eisen. Könnten wir uns hier rausnehmen. Ich will das sowieso noch mal auf ein extra Band haben, gerne. Hier draußen irgendwo. Äh, ja, hier, hier durch, ne? Ja, ich seh's auch, ich seh's auch, dass es, äh, ja, hier raus muss. Hier muss es irgendwo raus. Ähm. Warte, wir können's einfach so machen, ne? Nee, können wir nicht. Ist doch kein Platz hier, Mensch. Mach doch mal der Glotzen auf, wir können's so machen. So, äh, ich will noch mal einen haben, weil ich will das, äh, auf zwei. Haben. Also auf beiden Seiten des Bandes auf zwei, was los so will. Was rede ich denn schon wieder? Ah, hier kommst du nicht durch, immer. Hier ist doof. So. Oh, hier wird's auch schwierig. Machen wir's hier oben hin, oder? Ja. Äh, also so. Dann muss ich noch mal hier durch. Und dann hier durch. Äh. Äh. Ähm. Da brauch ich noch mal Eisen. Krr. Aber das haben wir ja genug. Oh. Nochmal so ein Ding bauen. Nochmal hier durch. So. So, jetzt haben wir hier auf jeden Fall Eisen und das soll hier auch bleiben. Davon ziehen wir uns dann die Sachen weg. Stahl. Stahl. Ähm. Brauchen wir sowieso hier drüben. Da holen wir uns. Können wir direkt hier machen? Die. 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 Ripp. So, Stahl brauchen wir nämlich auch. für die Motorproduktion. So, deswegen können wir nur noch warten, bis der Motor fertig ist. Der, die, das, Motorproduktion. So, ich wollte mal hier oben noch hin. Die dumm, die dumm, die dumm, die dumm. Damit das hier weiterläuft. Wie sieht es denn aus mit meinem Alien-Goo? Guck, jetzt ist nichts. Jetzt ist hier nicht genug drin. Jetzt fehlt es uns hier an Alien-Sporen. Ah, das geht jetzt hier langsam. Wir sind in der dritten 133. Naja, gut. So, und hier wird gemacht und getan. So will ich das haben. Hm. Wenn das Ding hier mal die ganze Zeit durchläuft, dann ist alles gut. Aber es sieht, es sieht eigentlich nicht schlecht aus. Wir meckern nicht. Das wäre sehr hohes Niveau. So, wenn der Motor jetzt mal gemacht ist hier. Aber dann fehlt nicht noch irgendwas. Dass wir den bauen können, den Motor. Dann brauchen wir natürlich auch noch den Roboter-Hangar. Aber das sind alles Dinge, die wir haben. Die Robo-Chess. Weiß ich nicht genau, was die macht. Ups, Entschuldigung. Mein Fehler. Robo-Charging-Point. Large-Robo-Charging-Point. Brauche ich das dann nochmal extra? Ne, hier ist aber auch ein Robo-Pod-Charging-Pad. Oh je, ich weiß nicht. Wir werden sehen. Wir werden es noch herausfinden, was passiert. So, ich bin mir jetzt eigentlich ganz sicher, dass wir dieses Base-Mineralöl nicht verbrennen können. Und das ist irgendwie ätzend. Das ist so ätzend. Ich mach mal hier ein bisschen mehr Platz noch hin. Ich habe das Gefühl, dass wir das brauchen werden. Kommt, hier oben bist du ja... So, das sieht doch gut aus. Wenigstens ein bisschen mehr Platz. Und hier, guck mal. Das war ein Santa Ray. Und hier noch ein Fisch. Bisschen roher Fisch. So, wir haben zum Glück Blei im Moment genug. Kurz mal gucken, wie sieht es hier hinten aus. Naja. Nicht so toll. Das ist eigentlich... Das ist nicht... Groß am Speichern. Das Slag Slurie und das Mineral Slug. Sondern es ist eher... Ja... Alles in den Rohren, was da steht. So, Motor ist abgeschlossen. Müssen wir da jetzt noch einen anderen Motor machen? Dass wir den Elektrik-Motor machen können? Nee, müssen wir zum Glück nicht. So, was brauche ich denn dann? Ähm... Ich würde das hier mal noch probieren, falls wir mal noch mehr Carbon brauchen. Was ja wirklich passieren könnte. Oder wir gehen wirklich mal auf Dampfmaschine 3, beziehungsweise den... Ähm... Burner 3. Oder haben wir den schon erforscht? Schwese. Wir machen mal. Wir machen mal Dampfmaschine 3. So. Okay, jetzt können wir einen Motor machen. Wo ist er denn? Da Motor... Hm... Motor? Hier. Genau. Wir brauchen eine normale Montagemaschine. Machen wir doch glatt. Wenn wir Eisen haben. So. So. Und dann brauche ich da eigentlich nur... Zahnradrohr. Okay, wir brauchen ein paar mehr. Zahnradrohr und Stahlträger. Zahnradrohr. Das kriegen wir alles hier weg. Da würde ich aber trotzdem, damit das nicht in Ungnade fällt. Beziehungsweise, damit das hier nicht sich auflöst und als Hauptlinie bleibt, würde ich das jetzt mal so machen. Dann haben wir hier Zahnrad und Rohr. Lass mal kurz mal so. Ähm... Hiervon... Einmal bitte... Äh, nee. Zahnrad und einmal bitte... Äh... Rohr. Rohr. Warte wegen. Und dann... Äh... Wo ist der dritte? Ja. Passt das? Passt doch, oder? Bitte hier... So. Bitte hier einen Motor bauen. So. Und der Motor, der braucht eine Motoreinheit. Das Ding und Schmiermittel. Schmiermittel haben wir hier unten. Da brauchen wir tatsächlich hier noch ein bisschen Platz. Ah... Ach, können wir ja gleich holen. Komm. Äh... Schmiermittel. So, warum kommt hier kein Schmiermittel? Kein Mineralöl kommt. Ist hier wieder irgendwas voll? Das ist voll. Oha. Ein Teufelskreis. Gut, dann machen wir halt hier, äh... In die Mitte mal sowas hin. Äh... Bitteschön. Dann läuft das wieder. Dann müsste hier auch wieder, äh... Öl kommen. So. Ja, ich nehme mal einen hiervon, weil... Kann man vielleicht da nochmal was anschließen. Dim, dim. Ah, das war vielleicht sogar schon zu weit. Tatsächlich. Tatsächlich. Aha. So, Schmiermittel. Äh... Das hier. Und... Das hier. Und rauskommt... Was ganz tolles. Nämlich der Elektromotor. So. Jetzt haben wir Elektromotor-Einheit. Und Battery. Und Stahlträger. Und die Dinger haben wir eigentlich auch am Start. Na. So was. So was aber auch. Können wir hier richtig zuschlagen, ne? Hier mal ein bisschen Eisen holen, damit wir wieder ein paar von den Dingern machen können. Ähm... Damit wir hier drunter durchkommen. Mit unseren... Ähm... Batterien. So. Und guck mal, die kannst du nämlich hier drauflegen. Das wäre doch was, ha? So. Weil dann können wir die einfach hier... Gemütlich hier hin machen. Und wir können... Äh... Was brauchen wir denn da? Ne, Quatsch. So weit sind wir noch nicht. Noch nicht ganz. Ähm... Ja, das machen wir doch auch in einer... In so einem Dingsbums. Ne? Theoretisch können wir die andersrum laufen lassen. Wäre irgendwie besser, ne? Ja, machen wir mal. Also, dass wir halt hier... Das so machen. So. Weil wir brauchen ja den Stahl... Äh... Jetzt muss ich nochmal gucken. Was brauchen wir? Genau. Das, das und das. Haben wir ja alles da. Haben wir alles hier, so wie es sein soll. So. Das heißt... Einmal diesen. Bei davon. Und... Äh... Muss mal kurz hier nochmal so ein paar von den... Platten holen. So. So. So, einmal nimmst du hier und hier. Und dann nimmst du hier und hier, so. Und... Achso, erstmal muss man ihm sagen, was er machen soll, ne? Äh... Du sollst das hier machen. Bitte. Hier von mir aus raus. Damit. Müsste gehen, oder? Ach nee, das ist ja Kunststoff. Ich voll honk. Moment. Es ist ja Kunststoff. Ähm... Ja, dann müssen wir da oben nochmal Stahl klauen. Geht ja nicht anders. Klauen wir hier nochmal Stahl. Hier geht was voran. Bisschen zumindest. Äh... So. Dann kommt hier unten das raus. So, dann haben wir schon mal das Gestell. Dann brauchen wir den Logistik-Roboter-Brain. Äh... So, wir haben das alles. Wir müssen es nur noch zusammenfinden. Basic, Electronic, Combine, Transistor, Circuitboard und... So, doch. Also. Nützchen. Gucken wir doch mal, wo wir das alles haben. Hier. 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 Und hier ist auch das hier. Wäre hier eine gute Stelle, um eigentlich das zu bauen. Ähm... So, wir gucken mal eben kurz weiter. Dampfturbinen. Hm... Höchsttemperatur für... Ja, gut. Die Leistung ist 5,4 Megawatt. Und die hier hat 2,7. Also das Ding ist schon besser. Einiges besser. Können wir vielleicht Dampfturbinen umbauen. Da brauchen wir natürlich hier... Ah, das haben wir aber. Ne, wobei, dieses eine haben wir nicht. Aber das macht nichts. Das stellen wir irgendwie her. Ich glaube, dass... Ähm... Dass das gar nicht schlecht ist. Machen wir. Komm. Wir haben es ja. So, also. Ich will jetzt das Ding herstellen. Ähm... Dazu brauche ich mal sowas. Dann stellen wir das hier irgendwo her. Das... Glauben wir uns zusammen, das ganze Zeug. So. Hier, das läuft doch. Das läuft doch. So, hier ist nämlich ganz viel davon. Von all dem, was ich brauche. Im Grunde, ne? Da sind auf jeden Fall schon mal zwei Sachen, die ich brauche. Hier ist was. Und... Da ist was. Okay. Ich würde jetzt einfach mal das... Ich würde jetzt einfach mal hier das Ding hinstellen und... Ich stelle jetzt mal hier hin. Komm. So, und gucken wir mal. Also. Das hier und das hier können wir hier einfach abknapsen. Ich glaube, ich brauche ein paar von denen, so. So, bitteschön, abgeknappst. Jetzt holen wir jetzt einfach hier raus. Äh, nicht so weit. Hier hin. So, Eimer. Dann. Das sind halt die fertigen schon. Wir brauchen die hier. Und die zusammen mit denen hier auf eine... Ähm... Auf ein Band machen. Ähm... Na, wir müssen erst hier zurück. Und das hier muss irgendwie hier weg. Hier kommen wir dann nicht durch. Aber wenn ich... Hier noch einen Tunnel mache. Oder hier einen Tunnel. Das geht, oder? Dass ich dann hier drauf komme. Das müsste doch gehen. Äh, müssen wir kurz mal ausprobieren. Also, das geht hier lang. Dann willst du... Da durch... Einen Tunnel bis hier. Hier machen wir den Tunnel... Das ist hier. Dann... Das ist das so. Äh, ja. Bis jetzt gar nicht schlecht. So. Ja, ich weiß, Phil. Das ist natürlich hier... Äh... Tetris. Aber hey. Das ist High-End Tetris. So. So. Gucke er an. Zack. Bitte das bauen. Äh... Kriegst du noch... Was davon und was davon. Äh... Achso. Strom. Äh... Strom soll es auch noch geben. So. Das können wir dann theoretisch hier außenrum... Gedönsten. Aber... Wir brauchen ja noch eine dritte... Sache. Und zwar das hier. Ach, da brauchen wir nur... Stahl. Ja, das ist ja easy. Ja, das ist ja easy. Ja, dann... Äh... Ziehen wir das Teil hier mal außenrum. Äh... Brauche ich mit Sicherheit gleich erstmal noch... Ähm... Ja. Brauche ich mit Sicherheit gleich erstmal noch... Einige... Fließbänder. Die sind jetzt hier... Ganz schön dabei hier, ne? Aber das macht nichts. Die können... Die haben hier auf jeden Fall Komponenten. Man kann hier noch... Das alles erweitern. Mit... Äh... Äh... Was da was ausgehen sollte. Im Moment. Alles gut. Äh... So nicht. So. Und so. Jetzt brauchen wir nur noch das. Da brauchen wir aber nur Stahl. Und Stahl haben wir hier noch. So. Das hier brauchen wir. Easy peasy. Stellen wir her. Mal hier oben. Ach. Schon wieder keine... Ah ne. Doch. Ich dachte schon. Da ist schon wieder irgendwas weg von den... Äh... Irgendeine Komponente weg von den Greifarmen. Dass ich jetzt wieder irgendwo hinrennen muss. Und die machen muss. Die holen muss. So. Äh... Das haben wir. Und... Äh... Das kriegen wir jetzt natürlich so nicht hin. Äh... Machen wir es halt hier hin. Und... Dich. Machen wir halt... So. Äh... Brauchen wir noch eins. Brauchen wir noch einen. Haben wir. Schön. Bitte schön. Achso. Wir brauchen noch einen, der es natürlich rausnimmt. Äh... Okay. So. Ja. Und dann haben wir alles, ne. Für... Für... Dart... Äh... Für... 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 Watt habe ich denn das jetzt gemacht? Hilfe. Ah. Ich bin... Ich bin überfordert. Äh... Natürlich für den... Logistikroboter. Geht. Geht alles, ne. So. Bauen wir hier. Bauen wir hier. Bauen wir hier. Aha. So. Eins. Na toll. Na gut. Das ist nur ein bisschen Eisen. Holen wir uns. Ja. So. Einmal hier rein. Einmal da rein. Einmal da rein. Einmal hier raus. So. So. Achso. Hier muss ich mir noch sagen, was er machen soll. Äh... Bitte das. Öh. Wie schnell es geht. Wie schnell geht es. So. Und jetzt... Müssen wir uns halt so... So einen Roboter-Hangar... Äh... Machen. Äh... Da will ich jetzt einfach einmal so herstellen. Das heißt... Ähm... Wir brauchen... Plattier... Und zwar nicht zu knapp, ne? Wir brauchen das hier unten. Und zwar nicht zu knapp. Und was war es noch? Hä? Wieso habe ich die Dinger jetzt nicht mehr... Genug. Gerade eben hatte ich doch genug noch, oder? Oder habe ich da irgendwo anders drauf geguckt? Äh... Äh... So. Dann brauchen wir... Die Alu-Platten. Von denen wir jetzt im Moment gerade gar keine mehr haben. Why? What is here loose? Kommt kein Aluminium mehr an. Es ist... Es ist... Es ist... Es ist... So. Das müsste von hier unten kommen. Hm. Hier kommt einfach kein Alu mehr an. Wahrscheinlich ist wieder irgendwas verstopft. Nee. Es kommt einfach... Äh... Kein Alu an. Okay. Tja. Also, das heißt, der Plan... ...für die nächste Folge... ...wird sein... ...die ganzen Erze... ...hier... ...das hier... ...brauchen wir Aluminium-Erz... ...einen... ...ähm... ...eigenen Herstellungsprozess... ...und... ...ja... ...die Sache ist halt die... ...um das zu machen... ...brauchen wir... ...Minerary Sludge... ...und um das zu machen... ...brauchen wir... ...Slack Slurry... ...und... ...ja... ...das wird wohl die nächste Folge werden. Slack Slurry Produktion wieder anheizen. ...nochmal... ...so ein... ...Produktions... ...ähm... ...Gedöns... ...aufzubauen... ...dass wir hier... ...ähm... ...genug Slacks Lurry haben... ...in den Leitungen... ...damit hier... ...manuales Sludge... ...produziert werden kann. Das... ...wird wohl so sein, Leute... ...aber ich sag mal... ...bis dahin... ...macht's gut!